Moin, unser Marcel vom Team Winz. Immer zurück zum richtigen Ort oder aber erstmal hin zum richtigen Ort. Darum geht es beim GPS-Gerät. Im Auto nicht mehr wegzudenken, unser typisches Navi, aber auch zu Fuß eine wertvolle Hilfe. Schauen wir uns einmal den Backtrack GPS 2 von Buschnell an. Zum Lieferumfang gehört das Gerät selbst, eine Bedienungsanleitung. Nicht enthalten sind die zwei AAA-Batterien, die ich brauche, um das Gerät in Betrieb nehmen zu können. Abhängig von der Bebauung und ihrer Position dauert es einen Moment, bis sich genügend Satelliten gefunden haben, um wirklich präzise einen Standort ermitteln zu können. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen klassischen Backtracker. Das heißt, Sie markieren einmal Ihren Standort. Hier sieht man zum Beispiel das Symbol Zuhause, das Symbol Auto oder den Stern als frei belegbaren Punkt. Diesen markiere ich einfach. Und wenn ich mich jetzt von diesem Punkt entferne, führt er mich per Pfeil zurück zu diesem Punkt. Die Entfernung kann hier angegeben werden in Metern oder Kilometern bzw. Jahrts und Meilen. Des Weiteren besitze ich einen digitalen Kompass, der zur Orientierung dienen kann, wenn ich zum Beispiel mit der Karte arbeiten möchte. Die blaue Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch ab, wenn ich länger keine Einstellungen vorgenommen habe. Egal wohin die Reise führt, kommen Sie gut ans Ziel. Weidmannsheil vom Team Winz. Weidmannsheil vom Team Winz. Untertitelung des ZDF, 2020